Es ist Zeit zum Durchlüften, bevor die große Hitze zurückkommt nach Deutschland. Heute Morgen messen wir verbreitet Temperaturen im einstelligen Bereich und wir haben Ende Juli und wir haben stellenweise sogar Bodenfrost. Wie hier auf der Schwäbischen Alb in den typischen Tälern und Muldenlagen, da konnte bei Windstiller und klarer Nacht die Temperatur so richtig in den Keller sinken. Hier bei Sonnenaufgang messen wir im Moment Temperaturen um den Gefrierpunkt, am Boden sogar leichten Frost. Aber man merkt schon, jede Minute, wo die Sonne jetzt weiter aufsteigt, wird es deutlich wärmer und so geht es auch in den nächsten Tagen weiter. Es heizt wieder richtig ein, der Sommer kommt zurück und wir erwarten hochsommerliche Temperaturen. Ja, wir genießen jetzt hier noch diesen Anblick. Es ist wirklich wunderschön. Es ist sehr ruhig hier heute früh und eine tolle Lichtstimmung zusammen mit diesem Bodennebel. Einfach, einfach fantastisch. Gut, das war es von mir von der Schwäbischen Alb. Ich bin Marco Kaschuba für WetterOnline.